Bim, ba, da, 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 lass mal ein Abo da! Da, die, 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 du, du. Darf man da nur einmal rein? Oh, jetzt ist es zu. Mh, mmh. Wer macht hier schon mehr mh? Die Tiere werden auch immer wilder, ne? Okay, ich mach wieder die Gelbsicht an. Und dann snacken wir uns hier mal ein paar Fischelies, weil wir wissen ja, dass das Speicherdinger sind, ne? Haben wir ja gelernt, in ein, zwei Folgen hier. Ja, ja. Nummer eins. Also ein Schwimmflossi-Ding können wir eigentlich auch mitnehmen, ne? Zack, Nummer zwei. Oh nein, ich ertrinke jetzt. Oh Gott. Gott sei Dank. Oh, den können wir auch noch mitnehmen, ne? Oh, ist klar. Okay, dann würde ich sagen, also, was hat Schwein für Beine? Schwein hat schon ganz Angst. Schwein hat schon ganz Angst. Ich hab ganz normale... Okay, dann machen wir das jetzt so. Also. Unser Benjamin wird jetzt dick. Dick und kriegt die Füße. Und du kriegst auch die. So. Sehr gut. Können wir schon tun und machen. Blü. Blü. So, was ist das? Nix. Aber die Ausdauer hat sich ja ordentlich erhöht. Guck mal. Mh. Mh. Ah, nix, was so draus. Wenn tot, dann tot, ne? Da wär noch so'n... noch so'n Sack. Warte mal, so'n Sack brauchen wir noch. Der Sack ist wichtig. Ui, ja. So. Ah, kein Platz für'n Sack. Kein Platz für'n Sack. Kein Platz für'n Sack. So. Und... Tsotsumi. Tsotsumi sitzt im Wasser. Kann nicht essen. Komm mal raus. Tsotsumi. Kriegt auch so'n Sack. Mehr Speicherkapazitäten. Sehr gut. Seh ich dann trotzdem was, auch wenn ich gar nicht mit Cyber spiele? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich muss das anmachen. Und da wär noch so'n Sack. Dann wär noch so'n Sack. Da schwimmt noch irgendwas anderes. Drüben im Wasser. Dann ist Wett. Auch ein Sack. Aber was bist du? Lass mal gucken. Was bist du? Was bist du? Oh Gott. Sehr gut. Wir leben noch. Okay. Was? Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Was ist das? Dann kriegt das... Auch Wett. Der übers Wasser springen kann. Okay. Wett. Wett. Der kann auch nicht mal leuchten. Okay. Was passiert, wenn du das frisst? Betriebs und der ist angepassten Körper, kann so lange in Wasser schwimmen, wie er will. Mit denen haben wir jetzt also keine Dings mehr. Okay, dann ist Wett jetzt unser Fisch. Aber Wett braucht dann trotzdem noch solche Beine. Damit er auch schneller ist. Komm her, ja. Weit auf mich. Wir müssen schneller sein. Aber jetzt komm her, du blöder. Ja, ja. Ja. So, jetzt am Land. Okay, was bist du? Bist du ein Tier? Bist du auch so ein Tier wie die alle hier? Oder bist du ein Machine? Guck mal, da sind Ringe übrigens. So, das sind ja nur die Beine. Plumm. So, jetzt ist er schnell und unendlich. Okay, Wett, unser Fisch. So. Wett ist unser Fisch. Sehr gut. Äh, jetzt nehmen wir unseren Cyber wieder. Wo ist unser Cyber? Weil wir haben noch die ganzen anderen Leute, die wir noch retten können, ne? Warte. Also, hier haben wir ja eh eigentlich gar nichts mehr. Außer vielleicht, wenn... Doch, da haben wir noch. Was brauchst du? Sechs Pilze. Voila. Was haben wir hier? Nix. Okay, was will er denn haben? Also, ein Ei war ja da vorne noch, das weiß ich. Du willst sechs von diesen komischen Dingern? Ja, die sind ja hier zum Glück zu Genüge da. So. Muss ich nicht mal groß suchen. So. Ja, ich habe eh nicht genug Level, um alle zu befreien. Guten Tag. Oh, ey, du bist ein Dreiauge. Das ist einfach ein Dreiauge. Ein Paragrafenauge. Ein Dreiauge. Den haben wir einfach Dreiauge, genau. Als wir ihn fanden. So, und unser Dreiauge, ne? Der kann doch jetzt, ja, die Sachen finden. Kann... Oh, dann kann er doch auch Fähigkeiten finden, oder? Zum Beispiel das hier. Jawohl, wir haben einen. Einen erreicht. Bin ich fest der Meinung. Ja, dann brauchen wir ja erstmal nix, oder? Gut. Ähm, wo ist selber da? So, und das Ei? Wo war das Ei? Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich an das Ei? Ah. Guck mal hier. Hier hätten wir jetzt mal genug Zeit, dass hier irgendwie mal was aufgeballert wird, ne? Wir speichern mal. Und dann gucken wir mal... Was ist mit dir denn los? Ah, fett am Essen, wa? Wie wir dich jetzt da aufkriegen? Das muss doch eigentlich... ...mit so'n Gegner sein, oder nicht? Dann kann man sich irgendwie hier so'n Stein... Hm. Guck mal, du... Kannst du Wände kaputt machen? Aber der bewacht ne Höhle, ne? Haben wir die Höhle hier aufgezeichnet? Ne. Lass mal rein da. Tschüss. Tröten, Dinger. Ben. Ich dachte, ich muss mich nicht aufkriegen. Wie soll das denn jetzt Ben gestorben? Nö. Akzeptier ich nicht. Akzeptier ich nicht. Nicht mein Ben. Warte mal. Tum, tum. Okay, also da sind auf jeden Fall auch Materialien drinne. Ich glaube, wir brauchen das Schwein, um ihn wegzudenken, oder? Vorsichtig an ihn herum. Von hinten rein. Hm. Oh Gott, geht auch weg. Und dann erstmal reinfahren. Und dann ein Snacken, was da rumliegt. So. Das war's. Ist das zum Einschläfern wieder, oder so? Irgendwas muss das da sein, ne? So, du arbeiten. Äh, ja, dann du. Friss mal so'n Schnorchie. Und du kannst auch mal so'n Schnorchie fressen. Hast du ne andere? Ne besondere? Ich glaube, Benjamin hat ne andere. Und du auch. Und dann kannst du auch alle fressen, dann sind die weg. So. Zeig mal Benjamin. Hast du ne andere? Ne, du hast... Ganz normale Trott, denkst du. So, warte. So, Benjamin. So, jetzt speichere ich nochmal an, weil ich hier drinnen bin. So. Und jetzt... Will ich mal gucken. Was... Wofür ist denn das hier? Hm... Fliegst du damit weiter? Das wäre doch schon mal nichts. Nein, nicht du. Ich hab' Angst vor dem, ne? Ne, ich kann nicht pfeifen, weil ich Angst vor dem hab. Wird auch einfach eingesaugt. Okay, gut. Dann keine Ahnung, wofür der ist. Dann, hm... Wofür sind diese Trillerpfeife? Muss ja auch nen Grund haben. Kann man das hier nachlesen? Muss ja eigentlich, ne? So, Trillerpfeife. Wo bist du? Da. Ein windbestäubte Pflanze, die in der Nähe von Höhlen weckt. Wenn Luft durch die Luftröhrenkanäle strömt, erzeugt die ungewöhnlich melodische Klänge. Der Effekt kann ziemlich faszinierend sein. Das muss man in den Fall ja auch nicht, was man damit machen soll. Oh. So, Licht an und weg hier. Fußspuren? Ja, die führen mich zur Höhle da anscheinend, wa? Da kann ich ja rein. Und dann? Ist da eh ne Grenze. Da werden wir nix finden, ne? Ne, dann würde ich sagen... Ich guck mal, ob ich das Ei noch finde. Das Ei war ja auch da hinten irgendwo. Was ist hier eigentlich mit den ganzen Knochen? So, das Ei ist hier. So, haben wir ne Wärmequelle für den. Wissen wir auch noch gar nicht, ne? Was bringen wir denn Ei, wenn ich gar nicht weiß, was soll ich damit? Hier rein bringt gar nix, oder? Bündermeinung, da hinten gerade ne Wärmequelle gesehen zu haben. Da hinten? Ja, da hinten könnte eine sein, oder? Guck mal, ich seh sogar die Büsche von hier hinten aus. Okay, was passiert jetzt? Er will doch mit seinem Autoradio. Einfach nix, ne? Ja, hm, 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 hm. Schwer, schwer, du. Wenn man das Ei behalten, oder nix? Wohin damit? Tück, 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 tück. Hm. Gute Frage, wo denn damit, ne? Gute Frage, nächste Frage. Da ist ein Loch. Ach so, beim Loch waren wir. Ah, beim Loch lag doch auch noch einer. Beim Loch lag da auch noch einer. Okay, ich lasse das mal eben hier bei den Dengern hier liegen. Da lag doch auch noch einer. Wiii! Die Frage ist, haben wir überhaupt für ihn noch genügend... Acht Wille haben? Ich bin's ja wohl. Das Verrecken. Acht. Er will acht. Das Gelbe geht auch weg, wenn ich einen anderen spiele, ne? Ja. Okay, was passiert denn, wenn ich jetzt hier so zum Beispiel mache... Er soll die hier finden. So, wo seh ich die jetzt? Ach, da unten seh ich die, ja. So, seh ich die auch, wenn ich mit einem anderen anspiele? Ne. Okay, ja, dann bringt mir das ja nix. Dann machen wir das Auge wieder aus. Obwohl, kann ich... Die Dinger hier finden? Kann ich mehrere Sachen anmachen? Ne. Okay, die Dinger. Keine in der Nähe. Ja, gut, dann... Schmutz. Dann lass das. Komm. Mal, lege ich ein Licht an. So, weißt du was? Auf das Ei verzichte ich jetzt auch, weil ich hab keine Ahnung, wo eine Wärmekelle ist. Wenn ich eine gesehen hätte, dann wäre das einfacher. So, wir haben Maschinen jetzt einfach hier geradeaus durch. Go! Okay, warte. Haben wir noch was zu essen? Go! Also, früher hab ich noch jedes Baby sammeln wollen. Weißt du was noch? Ja. Da hab ich extra... Hab ich auch wieder tausendmal neu gestartet. Wird die schneller? Wird die etwas... Oh nein, das Wasser. Ich hätte ja... Wir haben ja so ein Red, aber Rollen ist ja schneller als Wasser. Oh oh. Oh oh. Kinnert! Kinnert, Kinnert! Oh nein! Oh nein! Hä? Ich war doch voll schnell! Ich war doch voll schnell, Lügeau. Was war das denn? Wom habe ich das nicht geschafft? Ich habe doch gar nicht getrönt. Ich habe einmal kurz angehalten und rum... Oh, ich bin ja hier noch. Ich habe mich noch mal... Ich bin ja hier noch... Ähm... Ähm... Ich bin ja hier noch... Der Erpupst war auch nicht rum. So, ich muss Übersicht verschaffen hier. Also, wir müssen auf jeden Fall gut, nur geradeaus. Am besten. Also, bei Day hatten wir ein bisschen Wasser unterwegs. Obwohl da gar kein Wasser so wirklich angezeigt wird. Hm. Dank das daran, weil wir so hungrig waren. Oh Gott. Ich will gar nicht rechts lesen, wenn jemand stirbt, ey. Soll keiner sterben. So. Also, von hier einfach geradeaus oder von da einfach geradeaus? So, erstmal essen hier. Nom 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 nom. So. Jetzt speichere ich nochmal. Ich versuche mein Glück. Also, so oder so müssen wir ja eh dahin, ne? Go! Einfach immer geradeaus. Wiiuiuiuiu. Wiiuiuiu. Wiiuiuiu. Nicht anhalten! Gefügt ist das Ding schon wieder hinter mir. Jetzt habe ich keine Dings in Ausdauer. Jetzt muss ich kurz sammeln. Kommen wir da. So, und jetzt nämlich Red. Oh man, Red. So, und Red. Ja, das ist halt kein Gummigem, oder? Naja, viel zu lang. Was? Ihm zu folgen? Okay. Okay, wär ich gerollt, wird jetzt keiner gestorben. Au, 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 au. Hehehe. Okay, also mit diesen... Okay, mit den Dingern also... Können wir die Dinger da kaputt machen. Die Steine dann. Ich denke mal, Hunde sind gemeint, oder? Oder kommt der jetzt an? Ist das Spiel abgestört? Hahaha. Okay, was gleich. So. Let's go, weiter geht's. Zum Glück habe ich gespeichert, ne? Mhh. Aber, warte mal. Oh, nicht so weit da rein. Oh shit, ich hab die Walze aktiviert. Ich hab die Walze aktiviert. Wuhuuu. 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 Wir müssen weiter links einfach uns halten. weil übers Wasser ist einfach zu langsam. Rollen geht da einfach schneller. Wuhuu. Wuihuuu. 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 Vor allem wenn man da auch die guten Sprünge hinkriegt. Wuihuuu. Wuihuuu. Schneller rein. Wuihuuu. Jums. Alle drin, alle drin. Einmal durchzählen. Eins, zwei, drei. Okay, nur drei anschauen. So, wo ist da? Da. Augen auf. Okay, und welche Tiere wollten da gefolgt werden? Man kann auch hier auf Kreatur gehen, ne? Kann man nicht. Kreaturen. Warum komme ich nicht auf... Guck mal, hier steht Nahrung. Hier steht Kreaturen. Nahrung, Kreaturen. Kriege ich nicht an. Das darf man anscheinend noch nicht. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir gar nichts. Aber wir haben hier eine große Zone. Eine große Wasserzone vor allem. Und Planet... Was jetzt? Was ist das? monströsische Kreaturen? Was ist das eines der Cylinder-Servanz? Die, die die Älder haben ihnen aufgesagt? Die, die die Älder haben. Die, die die Älder haben, Auch die Sprache und ihre Erinnerungen seien Angst. Und dann, irgendwie, die die Älder erinnert den Kreaturen Namen. Es war der Mathematiker. Mathematiker? Was macht er da? Wir beobachten ihn mal von hier. Da hinten links sind irgendwelche... Weißen Dinger. Okay, macht nichts. Da ist eine Hand. Okay, warte, 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 warte. Speigern geht nicht. Warum geht nicht weigern? Der sucht auf was, oder? Ich würde mich mal entdecken lassen. Entdeckt er uns? Hä, dann müssen wir uns sehen. Hä? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Hä? Ja, entdecke mich. Das ist schwer gesehen zu werden. Hä? Der rennt doch weg, warum ja? Hä? Ja, entdecke mich. Jetzt. Er läuft schon. Okay, alles klar. Checkpoint. Ich will den Checkpoint. Ich will wissen, was der da macht. Ich habe noch nie so viel neues Spiel gestartet. So, also da hilft er ja gleich rüber. Ein anderes haben wir ja eh nicht aufgekladen, ne? Und was sind das für Dinge, die da so hoch und runter gehen? Ich werde das nicht so hoch und runter gehen. Nein. Was hat das Unbeziehungsgut werden, wie die Quarfer von der Existenzialis? Was ist dieser Ein 겁n? Was hat das Einwunschte? Es ist sehr schwer, die Treber. Auch die Person und ihren Geheimlichen war sehr zerstörte. Und dann, man irgendwie Was ist hier los? Wird hier Wie, ihr stirbt, ey Dann ist was los Oh, voll Schnee Das mal Okay, ich will aber gucken, was er macht Da, jetzt hört er auf Und jetzt Geht er wieder weg Und springt er wieder rüber Was lag hinter dem Zylinder? So, hier Bibi, weiter arbeiten Kann ich eigentlich sehen? Ja, sind alle voll So, wenn ich dir jetzt so ein Ding gebe Und jetzt wechseln, ne? Bleibt das Ei bei dir? Nein Wie soll ich denn das Ei nehmen? Und das alles einlaufen Wenn meine Dinger sterben, ist was los? Wie soll ich das denn kontrollieren? Wenn die alle da Prügel kriegen, Alter Vielleicht sollten wir auch ein bisschen auf Leben gehen dann, ne? Äh, wo ist unser Red? Unser Red hat nämlich noch ein paar Fliegen dabei So, nochmal Bin ich schon wieder von der falschen Seite gekommen? Ist auch noch einer, der arbeiten kann Guck mal da rum Äh, hat jemand hohe Sprünge? Hohe Sprünge? Uhu Du hast nicht hohe Sprünge Du hast hohe Sprünge Du, nimm ihn, dat So, okay Okay, jetzt können wir nämlich sagen Äh, dass Dreiauge Dreiauge auch arbeiten soll So Und dann kann Dreiauge die Dinger ebenfalls mitnehmen So, jetzt haben wir zwei Die Arbeiten Viel schneller Level Mein ich Ich könnte doch rein theoretisch hier raus Das ist ja eine Wärmequelle Ich komme mit dem dann gar nicht hoch, ne? Wir können auch so ein paar Hunde das snacken, ne? Mhhh 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 Batsch, batsch, batsch Ich höre die nur alle sterben So, hier nochmal Eine Fliege für euch Hallo Ja, schon wieder voll Mhhh Mhhh Äh, so Und so Mhhh 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 Da war ich Mhhh 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 Aber hier liegt halt richtig viel Kohle, ne? Man muss hier einfach runtergehen, ne? Da oben ist ja einer, der sucht. Da, da, da. Da, da, da. Nein! Ach, hör doch auf, warum ist denn jetzt das Schwein gestorben? Oh, Mann! Sieben Level kostet das. Arme Schwein. Oh, ich müsste dann alles wieder von vorne machen. Nein, das Schwein ist verwest. Ja. Das Schwein ist weg. Benjamin. Sollen wir mal die Sachen von dem, von dem Schweinein hier. Ja, aber, aber. Das Schwein hatte doch viel mehr Sachen. Das Schwein hat ja auch eine Wärmequenne. Was ist denn da oben? Da muss ich jetzt noch weiter Da unten Ah, wenn ich aber da runter gehe, muss ich auch wieder anders wieder hoch Schweinsvermächtnis Schweins Schweins 2.0 Es ist einfach Schweins 2.0 So, und Schweins 2.0 Kriegt erstmal Das hier Benjamin Dann Fressen wir die, damit die alle wieder voll sind Ja, alle meine Leben sind alles weg Das Schwein hatte ja alles X Augen Was, 13 Sekunden 10 9 Ich glaube, das Schwein kann einfach Äh, ja Das Schwein 2.0 kann einfach gar nichts machen 3, 2, 1 Verdammt Okay Äh, du da Auf und auf Und lasst go Gut, gut, gut gut Gut, gut, gut Puss Ok, ob ich es so? Ach, ich bin hier und dann hier. Was ist das denn für eine riesen Zunge? Oh, was ist das denn für ein Gerät? Finden wir hier irgendwas? Haben wir ja was auf der Karte. Aber vielleicht ist ja hier irgendwas. Oder soll das einfach nur wegen den Teilen hier, sondern wahrscheinlich, ne? Ja, hier ist nix. Ey, das sind diese, das sind doch diese, diese Blumen, die wir brauchen, zum schweben. Mhm. Mhm.